Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video erkläre ich dir, wie du mithilfe der ersten binomischen Formel spielend einfach auf die Quadratzahlen kommen kannst, die auch größer sind als 10. Sagen wir zum Beispiel, du möchtest 13 Quadrat ausrechnen. Dann kannst du dafür die erste binomische Formel benutzen und zwar, indem du die 13 zerlegst in die Summe von zwei Zahlen. Entweder in zwei Zahlen, die beide kleiner sind als 10 oder du benutzt immer volle Zehner. Das würde ich dir mal empfehlen. Hier zum Beispiel, die 13 kannst du zerlegen in 10 plus 3. Siehst du, ich benutze hier einen vollen Zehner, weil das Quadrieren sehr einfach ist dadurch. Und jetzt benutzen wir einfach die binomische Formel, wie sie hier oben steht. Wir quadrieren diese Zahl hier, also die 10. Dann addieren wir das Doppelte von dem Produkt der beiden, also 10 mal 3. Du kannst auch gleich ein 30 hinschreiben, wenn du möchtest. Und am Ende addieren wir noch das Quadrat von der hinteren Zahl. So zusammengefasst, 10 Quadrat ist ein 100. 2 mal 3 ist eine 6. 6 mal 10 eine 60. Du darfst die Reihenfolge der Faktoren auch gerne vertauschen, wenn das praktischer ist für dich. Und 3 Quadrat ist eine 9. Alles klar. Und alle Puzzleteile zusammen ergeben 100 plus 60 plus 9, also 169. So kommst du spielend einfach auch auf die Quadratzahlen zwischen 10 und 20, ohne sie dir auswendig einzuprägen. Oder zum Beispiel, wenn du 18 quadrieren möchtest. Gleiches Spiel. Du zerlegst die 18 beispielsweise in 10 plus 8. Du kannst es natürlich auch zerlegen in 20 minus 2. Das ist dann die zweite binomische Formel, die schauen wir uns einfach noch in einem anderen Video an. Und hier machen wir genau dasselbe. Wir quadrieren die erste Zahl. Machen wir es auch gleich. Wir rechnen es gleich aus. 10 Quadrat ist eine 100. Dann nehmen wir das Doppelte von dem mal dem. Okay, 10 mal 8 ist eine 80. Das Doppelte eine 160. Wäre gut, wenn du diese Puzzleteile, zumindest diese 3 immer im Kopf berechnest. Aber schreib sie auch ruhig nochmal vollständig auf, wenn dir das weiterhilft. Und die hintere Zahl auch zum Quadrat. Na, 8 Quadrat ist eine 64. Das heißt, mit Hilfe des kleinen 1 mal 1 kannst du auch beliebige andere Quadratzahlen ganz einfach berechnen. So und die zusammengefasst ergeben dann voller Hunderter, noch ein voller Hunderter sind schon mal 200. Hier übersteigen wir nochmal ein Hunderter, also sind wir irgendwas bei 300. 320 mit einer 4 hinten. 324 kommt dabei raus. So funktioniert die erste binomische Formel angewandt auch auf größere Quadratzahlen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.